you are the chosen few protectors of our world this is your time auch im shop das neue pack das dr disrespect da wusste ich auch schon schmunzeln also das war direkt packs raus gehauen aber mal auf richtig naja bin ich mal gespannt ob da was kommt noch gut ist aber so ein geiles banner wäre auch schon schön aber ich hoffe mal es gibt noch besser dann später deswegen will ich jetzt erstmal das nicht kaufen oh die neue map leute oh geil geil die neue map erst mal gegönnt hätte ich gedacht dass wir noch die neue map spielen können so der doktor wird das respekt hätten gerade auf als stadt sehr gerne läuft läuft nicht dass das der ist der da vorne steht die statue wir wollen sogar ein arcade daneben noch versammeln das team kommen wir mal wenn man was spielen leute entweder glitsch oder tellen ich würde sagen spielen war glitsch oder mama glitsch kommen können wir uns einmal glitsch so wir wollen habe ich gerade sound packt oder rausgehen rein ich habe gerade sound pack lol aber so an sich der sound so stimmt da auch nicht ich hatte den sound packt in der tat ich hatte so jetzt muss auch wieder gehen die gar halb neue map leute so und landen gut so und dann ich hatte echt die weiter für das respekt aber verrückt 0 geht's hier echt nett toll oh mein gott äger ja 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 fast er ist eingekommen Woll den haben wir 6 response wo 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 spotter Fuck Ich bin fast down Fett, Digga, ich seh ihn Ich kann ihn noch nicht mal sehen, Alter Durch den Kack rauf von der, ey Nervig Ah, toll Loll, ich hab einen gedaunt, doch noch Er hat toll gemacht, Digga Ich bin noch nicht mehr, ich bin noch nicht mehr Ich bin noch nicht mehr spät es bisschen früher sein müssen ja die lagen so dumm er wirklich mal der kann man die nicht so kann aber nicht sein dafür langsam wird kürzlich das war natürlich hätte man fast verloren gut guck mal ist jetzt läuft vielleicht kriegen wir jetzt mal ein paar merkels in meinem team bin ich der einzige ps4 spieler das heißt die anderen kommen entweder von xbox oder pc oder switch man kam rein hier ist einer danke für die deckung hier dicker hinter dir ist der dumm ist der dumm ist der dumm ist der dumm digger ich meine ich sag ja voll nuk oder man ich ja mehr spotten kam halt echt nicht mal so einer gedauert der andere ist auch gedauert ich glaube ich habe einen Let's kill him up. Ich weiß, wir hätten uns andere Fähigkeit holen sollen, aber naja, egal. Egal. Dip, de, de, de. Oh, let's go. Wäre nur cool, wenn man in der Arena spielen könnte. Also wirklich so ein Direktgefecht in der Arena. Das wäre halt dann natürlich richtig doll. Oh. Aber man richtig hart auf sowas mit, äh, so wie Call of Duty, das hat in diesem Gunfight jetzt beim letzten, also, ja, beim noch aktuellen, das neue nicht, aber das aktuelle meine ich jetzt. Ja, sowas halt. Das wäre halt schon echt geil. Zwei. Ja, komm, Digga, genau. Das ist dein Leben, Alter. Und er schluckt ja auch noch. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. 3 oh mein gott er wartet halt richtig darauf jawoll er hat ihn von den Wettbewerb abgeräumt da war noch einer immun digga er hat noch spawned genau alter sandwichen digga wie man es kennt ey ekelhaft jetzt haben sie nur ein ticket so jetzt haben sie null hier gegner sag ich doch so einer da den anderen hat er gemacht da außen so außen rum oh mein gott digga hat der ein hecklein drin oh mein gott digga er schiebt doch so hart ne da kann er gar nicht schneller sein als wir ja der wird wahrscheinlich am ziel sein ja arpin what hä hä digga ich hab schaden bekommen von hinten hä ihr habt es auch gesehen ne digga von hinten hab ich schaden bekommen von der seite hier hä was war denn hier los alter gerade aber ich muss mal hä 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 ich hab mir mal schaden bekommen von hä digga jetzt ich komm grad nicht drauf hä digga ob es darzeige bug war oder sonstiges keine ahnung aber auf jeden fall war es komisch sehr komisch ja auf jeden fall würde ich sagen damit war es das mit dem zweiten teil vom gameplay ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst mal da und ich wünsche euch noch einen schönen abend einen schönen tag und dann sehen wir uns im nächsten video im nächsten last stream bis dahin haut rein viel spaß und ciao bail okay ja 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 und Es ist eine Stadt der Tränen, und ich bin ein großer Tränen.